Hallo, mein Name ist Sandra. Ich bin in der Maike-Droste-Akademie und Teilnehmerin der Zehn-Wochen-Challenge. Zu Maike bin ich gekommen durch meine Rektorstiastase, die zwei Finger breit ist, die ich auch gerne schließen möchte. Und in der Teilnahme an der Zehn-Wochen-Challenge bin ich gekommen, weil ich gerne fünf Kilo abnehmen möchte. Ich bin 41 Jahre alt, lebe mit meinem Partner und meinen drei Kindern von 14, 11 und 9 Jahren zusammen und habe durch Depressionen, Frustfressen und Müdigkeitsfressen zugenommen. Ich möchte gerne meinem Gehirn davon überzeugen, dass es einen anderen Weg findet, als in diesen Situationen von Frust und Müdigkeit Schoki in sich reinzustopfen. Ich möchte gerne ein besseres Körpergefühl erlangen und natürlich auch an meinem Körper, in meiner Rektorstiastase arbeiten. Also es ist echt gut, dass ich in dieser Gruppe bin. Die Unterstützung der Frauen und von Maike, die tut echt gut. Und man fühlt sich verstanden, man ist motivierter und es fällt einem einfach leichter, dann zu seinem Ziel zu kommen, weil man es einfach gemeinsam macht. Möchtest du auch ein paar Kilo abnehmen, deine Rektorstiastase schließen und wieder fit und knackig werden? Dann schreib mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich von dir zu lesen und auf deine Unterstützung und bis bald. Tschüss!